Hey und hallo Leute, ja da seid ihr ja, dann geht es mal los Leute, ich will euch was erzählen, von einem kleinen Knirps Der hat Strumpfe an, und glaubt dem Weihnachtsmann Ja das muss so sein, das glaubt ja auch jedes Schwein, so ist es Dieser kleine Junge trägt ne Mütze, und der hat ne Fee in seiner Hose Das macht ihm Spaß, das kitzelt und ist ganz angenehm, ja ja Dieser kleine Junge reist durch die Welt und sucht seine Braut Die ist mit Marcel Davies spazieren gegangen, pflückt Blümchen und isst sie auf Das war die kleine Geschichte von dem Jungen mit der Fee in der Hose Und am Schluss sag ich euch noch den Namen von ihm Ja er heißt Hul, Hul 83 Jungen hul 80